In diesem Video möchte ich kurz erklären, was es mit der Microsoft Educator Community auf sich hat, wie man sich registriert und wie man einen Promo-Code von einem Kurs einlösen kann. Wenn man zum ersten Mal auf die Seite education.microsoft.com geht, muss man sich registrieren. Das funktioniert rechts oben über den Button Join Now. Hier kann man sich damit seinem Office 365 Konto anmelden. Sollte das richtige Konto nicht aufgeführt sein, klickt man einfach auf anderes Konto verwenden, meldet sich mit seinen Daten dort an. Nach der Anmeldung muss man noch bestätigen, dass die Microsoft Educator Community auf das Office 365 Profil zugreifen kann. Im nächsten Fenster muss man noch seine Informationen korrigieren und kontrollieren. In diesem Fall Name, den Wohnort, die Sprache, die Zeitzone und den Profilstatus. Hier kann man wählen zwischen Public, alle User können also das eigene Profil sehen, Privat, niemand kann das Profil sehen oder auf Community Members Only, das heißt nur Mitglieder der Microsoft Educator Community könnten das Profil sehen. Wenn du einen Promo-Code von einem Kurs hast, könntest du ihn hier schon eingeben. Ich zeige es aber noch, wie das später funktioniert. Dann müssen wir noch drei Checkboxen anhaken oder eben nicht. Ich will in diesem Fall keine Newsletter erhalten. Ich möchte auch keine Werbung von Microsoft und anderen Unternehmen erhalten, aber ich muss bestätigen, dass ich älter als 18 bin. Mit einem Klick auf Join the Community treten wir nun der Microsoft Educator Community bei. Nach dem Beitreten erhalten wir schon unsere erste Auszeichnung, unseren ersten Batch, dafür, dass wir Mitglied in der Microsoft Educator Community geworden sind. Rechts oben befindet sich das Menü. Hier kann man in sein Profil schauen, das Profil bearbeiten oder hier unter dem Punkt Redeem Code einen Code von einer Fortbildung oder einem Kurs eingeben. Das möchte ich dir nun kurz zeigen. Der Code wird einfach in das Fenster gepostet, dann muss noch das Capture gelöst werden und auf Abschicken geklickt. Wurde der Code dann erfolgreich eingelöst, erscheint in roter Schrift Promotion Code has been redeemed successfully und somit wurden die Punkte deinem Konto gutgeschrieben. Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern in der Microsoft Educator Community. Sie bietet wirklich tolle Ressourcen für den Unterricht und auch für die persönliche Weiterbildung.